Die hier zu erwerbende neue Zwei-Zimmer-Penthaus-Wohnung befindet sich in Wermelskirchen. 2016 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Garagentagplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Penthouse-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 67 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 186.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.